Chinese food, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern was zu essen. Was darf denn sein? Ich hätte gern dreimal das Knofi-Hähnchen. Und dann? Und dann hätte ich gern noch drei Portionen gebratenen Reis. Und dann? Und dann... Oh, hey, wie wär's mit einer Suppe? Na klar, gerne. Ja, und dann hätte ich gern noch dreimal die Wantan-Suppe. Und dann? Oh, und ein paar Glückskekse wären cool. Und dann? Ich denke, das wär dann alles. Und dann? Und dann? Nichts, das ist alles. Und dann? Kein und dann. Das ist alles, das war's. Und dann? Und dann... Und dann... Und dann war's das. Das ist alles, okay? Und dann? Nein, nein. Also, alles, was ich will, ist dreimal das Knofi-Hähnchen und drei Portionen gebratenen Reis. Aha, und dann? Und die Suppe, Dude. Und die Wantan-Suppe. Und dann? Und die Kekse, das Glücksvergessen du hast. Und noch ein paar Glückskekse, genau. Gut. Ich krieg dann jetzt also die Hühnchen, den Reis, die Suppe, diese lützigen Kekse und das ist dann alles. Und dann? Was ist denn? Und dann wär's prima, wenn Sie das in eine Papptüte packen, die Sie mir dann in die Hand drücken, weil ich nämlich echt Hunger hab. Und dann? Hey, ich hab die Schnauze voll von diesem kranken chinesischen Psychospielchen. Und dann? Das reicht. Kein und dann. Und dann? 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 Nichts. Kein und dann. Und dann? Und dann fangen Sie langsam an, mich richtig abzunarfen. Und dann? Und dann? werde ich aus dem Auto aussteigen und werde ihnen gewaltig mit meinem Fuß in den Arsch treten, wenn sie doch einmal und dann sagen! Und dann, und dann, und dann...